ja und damit sage ich wieder hallo und herzlich willkommen zurück bei force of nature wir haben beim letzten mal ja kloreich unser neues level erreicht und haben dadurch neue quests bekommen die werden wir uns gleich mal anschauen aber wie immer starte ich am anfang von der folge damit dass ich erstmal alles einsammele was wir so produziert haben bzw dann auch gleich wieder alles starte was wir noch so produzieren können dann gehen wir nämlich gleich mal drei brote in auftrag wir haben natürlich auch wieder jede menge wasser im brunnen und unser weizen ist auch fertig da werden wir dann auch gleich wieder den neuen an pflanzen damit uns das hier nicht ausgeht sollte mich zwar irgendwann dann auch noch um kaffee kümmern aber da haben wir ja noch genug ja und dann schauen wir doch mal was der neue level so ein quest für uns parat hält ja ist mit dem neuen level das wird wahrscheinlich noch eine weile dauern dann was ich fast schon erwartet habe ist dass wir uns noch ein weiteres force of nature stück holen und da haben wir ja zumindest schon die anzeige auf der karte das ist irgendwo da ganz ganz hinten dann sollen wir uns einen schneider tisch bauen das würde ich mal sagen das noch mal das hat priorität weil würde nämlich auch gern mir klamotten zulegen und dann sollen wir uns noch einen koppeln als verbündeten zähmen ja das maximal level eines zähmen gruppen zum eigenschaften das haben wir können also maximal ein koppeln mit level ex haben ja gut da würde ich sagen schauen wir mal was wir machen können wirklich würde eigentlich jetzt erst einmal hier alles zu dann schauen wir mal was uns dieser schneider tisch kostet beziehungsweise was man generell das einzige wir brauchen eisen bauen wir brauchen und wir brauchen regel und das sollte jetzt das geringste problem sein nägel kann man herstellen dann sollten uns genug eisen bauen überbleiben ne was eigentlich noch viel geschickter wäre menschen das machen wir ganz anders dem die eisen bauen so selten sind wir schauen jetzt mal was wir an kupfer bauen aus den münzen machen können dann können wir nämlich auch die münzen auch für was sinnvolles verwenden und sparen uns unser eisen für wichtigere sachen auf dann machen wir die nägel nämlich aus dem kupfer und unter umständen kann man dann nämlich mit dem billigen nägeln in anführungszeichen auch noch so ein unterstand bauen dadurch das finde ich jetzt erst mal ganz so schlecht das macht man zwar macht man jetzt hier erst einmal noch eine kleine erweiterung und unserem also das mit dem zaun lassen wir auf jeden fall erst einmal weg weil das kostet uns zu viel nägel wir bleiben jetzt erstmal noch bei den palisaden nämlich ich bin dann verschieben wir den einen wo er hingehört dann verschiebt das ganze nämlich noch ein stück nach rechts dann verschiebt das ganze Nacht so und damit haben wir nämlich dann hier gleich wieder ein bisschen mehr auf platz können uns noch ein bisschen weiter ausbreiten und dann schauen wir jetzt nämlich auch gleich mal was wir für den unterstand noch brauchen 50 ton und noch jede menge palmen wieder da würde ich sagen machen wir uns gleich mal auf und holen uns palmen wieder dafür braucht man natürlich noch nicht die koelle unsere kupfer bauen san a fertig so wie es ausschaut das ist sehr schön so wieviel palmen wieder hammer 50 das sollte reichen und dann brauchen wir noch ton den haben wir hier direkt vor der haustür dann hoffen wir mal nur dass man da auch noch 50 rausstechen können wir nehmen unsere erstklassige schaufel zur hand dann buddeln wir mal das geht ja rucki zucki 18 haben wir haben wir glaube ganz reichs noch nicht nähe 43 einmal ein paar sonnenblumensamen die schaufel braucht man ja gut sei dank nicht so viel das 7 damit sollten 50 zusammen haben genau dann holen wir mal unsere kupfer bauen aus und am besten hier auch gleich noch mal kohle weil dann können wir noch abhören obwohl wir warten einfach bis sie fertig sind geben derweil ach so da gehen wir mal ganz einfach mal sicher nicht dass uns hier die eisen bauen verwendet werden genau ich will nämlich definitiv nägel aus kupfer bauen haben dann machen wir dann gleich mal 60 ist ja denke ich noch mal oder eine kiste kiste kann man nur in gebäuden setzen fast kann man überall sitzen 20 brett und zwei bauern und 20 nägel und sich bei einem bauern und dann sind wir kisten schlauer gut vielleicht bauen wir nämlich dann auch noch ein paar so lagerkisten wir nehmen jetzt immer noch die kohle raus immer hier schon mal die nägel raus das sollte zumindest reichen dass wir hier hinten verstand hinstellen können vom hühnchen weg wir drehen einfach wir machen das anders wir drehen das ganze ist wohl da weg stellen wir uns hier unseren unterstand hin da können wir dann später den schneider tisch rein machen jetzt kommt immer gerade die kohle jetzt sehen können wir immer einfach schon wieder dass wir was auf vorrat haben dann sollte man nämlich hier auch gleich noch die glühende asche machen am besten auch so viel wie geht so brot fertig das nehmen wir gleich mit das rohe fleisch was wir hier haben kocht man auch gleich dann ist das schon mal fertig so und dann schauen wir uns mal die ganzen spaß hier an schneider tisch 15 äh quatsch 5 bretter haben wir 10 brauchen wir noch nägel und eisenbau ok das mit den nägern sollte das geringste problem sein die müssten nämlich fertig sein dann schauen wir bloß gerade ob wir hier noch kupfer bauen ah ne können wir nicht weil wir erst die ab brauchen dann brauchen wir außerdem für den schneider tisch dann brauchen wir noch bretter und zwar 10 stück das sollte dann ja auch relativ schnell gehen aber ich habe schon gesehen wir brauchen auf jeden fall noch mehr baum stimmen weil wir wollen ja eventuell auch noch kisten pro kram bauen damit unser zeug nicht immer hier am boden herum liegt ist zwar nicht was wirklich notwendig ist oder rein kosmetisch ich glaube eine oder zwei kisten können wir uns leisten das sollte jetzt hoffentlich nicht das problem sein wenn wir uns da noch ein paar gönnen dann haben wir hier eine handvoll baumstämme und dann mal gleich oben neben uns haben wir einen runterschlupf die fackel schieben wir wieder an die ecke dann machen wir nämlich hier gleich noch die büsche weg dann kriegen wir auch noch ein paar äste so dann können wir hier unsere bretter mitnehmen und damit sollte unser schneider tisch eigentlich nichts mehr im wege stehen das nehmen wir mit dann dann so für brot brauchen wir noch eier dann können wir noch gleich mal unser wohnen unser wohnen das ist ja nice der hat keine tür ja da schau her so dann schauen wir mal hier drin hätte ich gerne einen eider tisch vielleicht können wir hier drin vielleicht noch eine kiste ne können wir nicht weil wir 20 bretter brauchen ok bretter 2 da würde ich sagen da lassen wir uns jetzt in den entlumpen wir füttern uns bündchen wir bauen uns nochmal weizen an ab und zu muss man einfach auch ein bisschen vorbereiten die arbeiten machen ach so aber ich wollte noch schauen genau wir brauchen ja die eisenfallen quatsch nicht eisenfallen kitten mal krass ist glaube ich gott gar nicht wissen kitten fallen für kitten fallen brauchen wir kitten hier am bus ok fliegeln wir brauchen eine kette für eine falle wir können also bei einem eisenbahn so das wäre auch für die kupferbahn interessant das muss ich mir direkt überlegen solange wir so viele kupfermünzen haben wird es eigentlich fast wirklich sinn machen und wenn wir überall wo es geht kupfer her nehmen statt eisen ich brauche noch 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 können wir hier noch sechs herstellen das wir füttern wieder dann schauen wir doch mal an den schneider tisch was wir da alles machen können eine weise bringt uns die irgendwas immerhin rüstung auch die beduinen die fehlerhose aber wahrscheinlich haben wir dafür jetzt erstmal noch nicht genügend socken die verfügung das wasser nehmen wir hier schon mal raus dann geben wir auch noch mal die drei brote in auftrag schauen wir mal was unsere kupfer bauen machen aber nichtsdestotrotz werde ich mir jetzt hier noch da eine kiste reinstellen so jetzt eine kiste mal hier rein da können wir dann nämlich schon ein paar sachen ablegen die wir so fürs schneider handwerk brauchen interessieren würde schiere und adl und so weiter das dann wohl herstellen können die erde brauchen wir natürlich auch neu adl wiederum können wir mit dem kupfer bauen ja ich sehe schon das läuft drauf raus dass wir uns nochmal eisen oder gar nicht morgens morgens Okay. Also was wir auf jeden Fall noch brauchen, es glühen die Asche, deswegen gehen wir die Asche auch gleich noch im Auftrag und zwar geht. Was wir auf alle Fälle dann auch noch brauchen werden, das Kohle, dafür brauchen wir die Baumstämme. So, dann schauen wir mal, was tun wir da rein. Tun auf jeden Fall die Bälle rein. Die können wir gebrauchen. Und dann tun wir unsere wertvollen Nägel rein. Dann tun wir auch alle rein, was wir hier so auf Bauen haben. Die wollen wir auch auf keinen Fall verlieren. Dann würden wir auf jeden Fall auch noch Zähne und Klauen erstmal zwischenlagern. Genauso noch den Goldmünzen. Auch gleich die Kupfermünzen, solange wir jetzt noch Platz haben, die wir nicht für irgendwas Wichtigeres brauchen. Würde ich sagen. Hagen wir das Ganze einfach ein. Unser Brot. Nehmen wir mit. Dann lassen wir das hier erstmal schön in der Kiste. Was wir hier draußen einfach mal noch so auf den Punkt meißen können, das ist ein. Böckchen. Zum anderen das Brett. Und dann schauen wir mal. Hier ist unser Brot schon fertig, das nehmen wir aus. Da können wir dann Mehl in Auftrag geben. Damit der Weizen wegkommt. Ja, damit haben wir wieder einiges an Vorräten beisammen. Wir müssen uns auf jeden Fall noch Eisen holen. Das würde ich aber sagen, schauen wir uns dann in der nächsten Folge an. Bis dahin sage ich wie immer danke fürs Zuschauen und ciao, ciao. Wir sind auch noch so. Das war's. Böckchen. Das war's. S tutorial's. Yeah, drüber. Visz mich.